Schlag! 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 Ja, aber halt auf einen Baum! Bei dem du zuerst die Musik abdrehst, das kann ich nicht denken! Merkt man! Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play der Minecraft-Maps 60-Duelle! Mit dem TKW! Und dem David! Ja! Und wir spielen, wie schon gesagt, 60-Duelle! Das ist eine Minecraft-Maps wie schon gesagt! Ich hab' schon mal gesagt, dass wir das schon gesagt haben, alles! Nein, das hast du noch nicht gesagt! Fast und... Wie gesagt... Drecklich! Was war in der Kiste? Man weiß es nicht! Man war es nicht! Okay, Will steht! Ausrufzeichen! Spielt auf Friedlich! Tiere und Kommando-Blöcke müssen aktiviert sein! Kommand-Blöcke aktiviert! Ja! Gut! Perfekt! Was wolltest du sagen? Was ist? Null, ja? Ja! Allgemeine Infos! Warte mal, warte mal, warte mal! Ich muss schauen, ob die Comment-Blöcke aktiviert sind! Ja, die müssten standardmäßig aktiviert sein! Okay! Allgemeine Infos! Hallo! Hier geht es darum, dass man die jeweilige Aufgabe schneller betätigt als sein Gegner! Also ich schneller als der David! Um sich Diamanten zu sichern! Wie wird gespielt? Beide Spieler müssen sich so lange auf die Druckplatte stellen, bis sich die Türen öffnen! Und dann loslaufen! Hast du verstanden? Dann erst loslaufen, ja? Nein, nein, nein! Hast du nichts weiteres? Die Regeln! Die Regeln! Es darf nichts abgebaut oder zerstört werden, außer es wird euch gesagt! Dies gilt immer nur für das jeweilige Duell! Sachen, die ihr erhalten dürft, immer nur für das Anliegen der Duell verwendet werden! Verstanden? Was? Du hast dich zu dir teleportiert? Ich hab schon auf den Knopf gedrückt! Okay, hier, wenn du willst, kannst du das nochmal durchlesen! So! Okay, ne Ender Chests haben wir hier! Ne Ender Chests! Nicht diesen Knopf drücken! Na, das machen wir doch mal! Okay, läuft! Es regnet! Boah, der Regen sieht geil aus! Ach ja, das haben wir noch gar nicht erwählt! Warum erwählt? Warum erwählt? Nein! Das Text Schapek, was ihr hier seht, das ist jetzt das Multipack! Ja, das ist von uns zusammengestellt oder besser gesagt von mir zusammengestellt dabei! Also nicht erstellt von uns, aber zusammengestellt aus mehreren anderen verschiedenen Text Schapeks! Und mir gefällt es sogar besser als das Fake-Text Schapek! Ja! Genug geredet! Hast du fertig gelesen? Können wir gehen! Dann! Ich würde sagen, in der ersten Folge gibt es einfach erstmal die Duelle 1 bis 20 und danach geht es dann mit den anderen weiter, die es noch so gibt! Es gibt, wie der Name der Map nämlich schon sagt, gibt es 60 Stück davon! Ja! Ich muss erstmal den Regen aus! So! Komm her! Duelle 1 bis 20! Wirft alles da rein, was ihr dabei habt, jemanden essen und Rüstung dürft ihr behalten! Boah, das ist ja nett von dem! Das Buch soll euch jetzt so annehmen! Nein, das sind hier! Na, das sind hier! Jetzt ist es hier mitnehmen, falls ihr irgendwie was vergessen! Ok, ich bin auf jeden Fall Player 1! Also mach ich ab! Ich weiß nicht, warum ihr Kuchen stehen, wenn wir sowieso auf PiS voll spielen! Hey, ich bin gleich! und dann kommen gleich mit warum hast du eine Rüstung und steckt auch nicht es ist ja auch dies wohl die Rüstung sieht geil aus ne hast du schon gepennt wenn man doch mal da die Blumen müssen ich bin stolz auf dich gewartet machen meinen Tag geschlafen Niederlande in die Linie ich bin der Kiel du musst dich auf die Druckplatte stellen dass es losgeht also die Tür öffnen warte mal steht da halt noch nicht drauf gehen beide Spieler müssen sich so lange okay komm zurück 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 müssen sich so lange auf die Druckplatte stellen bis sie sich die Tür öffnet okay lege alle Hebel um damit sich der Ausweg öffnet okay das Ziel ist es alle Hebel umzulegen 3,2,1 go oh sowas bin ich ja ganz schlecht oh scheiße nein ich kann nicht genau zielen ich kann nicht genau zielen ich kann nicht genau zielen Stress schieben Mann öffne doch die Kiste hey bin ich so dumm ach da unten oh die Ast du kannst ja übrigens auch an die Kiste ne und versuchen die Ast ja hab ich schon probiert einfach nur laufen oh 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 ne ah leck alter Riesenleck ja bei mir aber auch oh komm sieht gut aus sieht richtig gut aus ja läuft bei mir oh du bist mit Scheiße und wer ist der Kinia hühn die Schöße hühn jaja das Labyrinth oh ne bitte nicht geh doch rauf ja boah so schau dich weg oh scheiße ich hasste den ja ich aber auch oh ne nein oh nein oh ne ich hab schon den Ausgang gesehen aber wo ist er wo ist er wo ist er da ja alter bin ich scha- ah du weißt das wenn du Doppelklick auf deine Diamanten machst dass du dann alle kriegst warte ja warte Hände schwitzen meine Hände schwitzen ach du armer Jump'n'Run da bist ja der Pro drin oh scheiße wenn lange Sprünge gekommen dann hab ich hier schon verschießen das kommen glaube ich nur kurze oder oh nein aber wenigstens direkt mal beim ersten Sprung verkackt und also jetzt sieht es aber schlecht aus ah ich war doch noch ich dachte ich wäre runtergefallen okay oh scheiße oh nein gib doch Gas nein was bin ich so scheiße das gibt's auch oh ja ja da hat er schon wieder gewonnen der liebe TGW okay Treppenlauf ja wundervoll ja wundervoll komm mach doch hin wo wo hä wo geht's hier ach da ist die Treppe oh da hab ich gar nicht gesehen hä da sind Blöcke im Weg ist erstmal nicht aufgefallen renn doch renn doch hat's funktioniert nein ich bin runtergefallen hä das ist schön da kann ich mir Zeit lassen da hat er schon wieder den Sieg ich beobachte dich jedenfalls deinen Namen hallo David auch schon hier ab nach unten mal schau auf mich oh ne oder oh scheiße oh 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 nein oh nein oh nein ja erst gucken dann springen würde ich mir meinen ah jetzt geh doch da raus ähm schneller hier geil ich bin eng gespickt Wohin Wohin so hoch und wer hat mal wieder gewonnen hier ah für die Diamantenkiste rein in die Enderkiste wo bist'n du muss ich hin guck halt jetzt ein Loch rein ah da hi tu deine Dias noch in die Kiste in die Enderkiste kannst du natürlich auch hier in die Holzkiste tun habe ich auch nichts dagegen ne aber okay ähm Achtung Stachelik oh wundervoll so 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 renn au 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 aua da ist gut weh einfach durch einfach durch oh 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 aber man kriegt noch nicht mal Schaden aua also jedenfalls gehen die Herz nicht runter wo ist die Kiste hey wo ist die Kiste ich habe verarschen nein das Tutorial Tutorial starten setz ich ins Minecraft steht da ist nun musste und wo bei dir Tutorial starten stehen das hat drüben da drüben das ist ein tolles wenn das MeinCard anhält bitte umsteigen okay wir müssen hier durch und dann dass man du warte mal ah ok man muss alle MeinCards nehmen und dann muss man immer wenn man anhält in auf eine neue Schiene gehen dann hast du alle MeinCards ja Gott alles alle MeinCards mitnehmen die MeinFahrt MeinCardFahrt MeinCardFahrt MeinFahrt ist mir auch egal lass mich raten das hat Hitler geschrieben oder oh Gott der weiß nichts mehr warum sitzt ich so komisch da drin ich bin zu langsam brumm 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 ich greife hier mit meinem die haben schon Soundefekte ja da brauchst du nicht extra noch Soundefekte dazu machen ja erstmal aussteigen los war doch schneller jetzt hier ich fahr mit meinem Lambor LamborCard mit meinem LamborCard so weiter 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 schneller schneller das war schon wie das war schon wieso bist du schon da nein ich bin doch nicht da aber die Fahrt war so kurz ja wo muss ich hin alter 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 nein ich will auch noch was ah nein ah jetzt ja nein ja warum hab ich die weggeworfen alter was irgendwie ach man warum sammelst du die dann auch noch ein was ist scheiße ey guck mal deine Gemeinkeit in die Kiste da ach man ich hab eigentlich gehofft dass du aus für sie die Diamanten reinwirfst ach so was ist das überhaupt Zaun Zaun Baum Zaun Zaun Tor Zaun was Baum ich verstehe nur Baum hoch du musst das Zaun Tor finden falls du noch nicht mitgekriegt hast doch doch das habe ich schon kapiert ok läuft bei mir läuft nein ich hab ein Run ah da yo yo ja 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 komm schon da wo ist das wo ist das also ich hab grad ein Run ein Zaun Run sozusagen ah hier ah hier nein nein wo ist das ah da geht es auch nochmal oh oh renn 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 nein ah hui dat war nice Tutorial spring nach oben ach dat kann der David sicher dann gewinnt der vielleicht auch mal spring nach oben ok Nummer 10 Falltüren da haben wir die Hälfte ja von dieser Folge schon geschafft können wir eigentlich auch runter gehen wieder oh geil oh oh shit verkackt oh du bist aber alter warum bin ich eigentlich grad so blöd na das frage ich mich auch manchmal bei dir so weißt du nein oh was mache ich ich bin nein nein ich hab schissen nein das mache ich ah so jetzt hier komm schnell 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 nein nein bleib doch mal stehen chill doch mal Junge jetzt kommt hier auch noch ein Labyrinth oder was ah jo komm komm ah Arschloch wo ist die Kiste hä wo ist die Kiste hä ernsthaft oh willst du mich grad verarschen ja haha ich hab die Dias bekommen ich hab immer Doppelklick gemacht was war denn das jaja ok ich tu mal meine Dias da hinten rein wir sagen mal noch nicht wie viele wir haben ja ok kürzer mach mal Nacht und jetzt gehen wir mal pennen aber bleibt liegen ja komm mach mal hinne danke immer nur 64 TNT und ein Feuerzeug mitnehmen ok super erstmal alles mitnehmen haha wie du auch nie die Schilder liest ey warte ich hab mein Feuerzeug vergessen 11 TNT spreng äh dir den Weg frei ach so 11 ja ok ach ne oder ach soo ah cool ah ich hab mich grad über dich lustig gemacht dass du Schaden bekommen hast und dann hab ich selber Schaden bekommen ok oh da kann man das Glowstone kaputt haben au ah uh dat war aber böse hier oh oh es gibt doch noch mehrere Regeln na wundervoll ich hab mal die leise Vermutung dass ich das wieder nicht schaff ne die leise Vermutung ja erstmal Schilder au erstmal schönen Schaden bekommen Deutschland wie kann man denn eine leise Vermutung haben au 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 ich glaub ich krieg sogar von dir Schaden ich hab irgendwie das böse Gefühl dass mir das TNT gleich ausgeht oh ne ich bin gleich dran was du bekommst immer nur ein halbes Herz Schaden alter ja wenn man mittendrin steht ja stell dich halt nicht mitten rein ne mittendrin anstatt nur dabei oder so ich hasse hiermit offiziell dieses Dreckscam hey guck doch in die Kiste vielleicht liegen ja noch Lias oder so drin du kriegst dich also hab ich dir jetzt rein schauen ah jo hoff ich aber dass du was machst hm hm hey was weißt du du bist ja auch nur wegen du hast ja nur wegen Unfähigkeit verloren bei mir ist das ja ein Bug gewesen ja scheiße ey was ist das auf einmal wieder du hast wegen Unfähigkeit eine runter verloren und ich bin ja ein Bug das ist ja einfach das scheiße jo jetzt kommt es ja oh es hat bei mir gebackt ich bin ja es hat ja auch gebackt wo ich ihn heißen nur hat sich Nummer 12 gegen die Strömung na wundervoll ah ne oder man schon erwähnt dass ich sowas hasse hab ich schon erwähnt dass du was auch hasse also was wir müssen da wollen wir noch diese neuen Schatten Dinger da ja auf jeden Fall jetzt jetzt fließt doch da runter jetzt fließt da runter jetzt fließt da runter wir müssen doch so schnell also ah jo ich weiß nicht ah jo was wann hast du nur das Schwab da her woher hast du ah jo ich weiß auch nicht oh man ich bin nicht abgesprungen ja so ah geh doch durch die Tür ah oi ah 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 okay Nummer 13 finde die Pressure Plate um den Ausgang zu öffnen ja genau oh Notenblock was mach ich warum sind da überall Notenblock weil da die Pressure Plate drin sein könnte ja in Notenblöcken sind Pressure Plates drin auf jeden Fall ja sicher eh nein ja eh nicht ah da ist ein Goldapfel wo ist denn die Scheiße hier muss ich mir die hinbringen an die Tür an die Tür also da ist irgendwo eine Eisentür ah nein ich war da schon sau oft ach Menno hey wo ist die Eisentür schade er hat keine Dias drin vergessen Nummer 14 welches ist wohl der richtige Weg na das ist eine gute Frage ne das wird schon wieder ein Labyrinth die Sonne rast sich aus oh 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 hm ich gehe hier lang bei uns bitte nicht dass man wieder zurückgehen muss wenn man falsch gegangen ist nein oh da habe ich übersteuert renn 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 schneller du hast es jetzt nicht wirklich geschafft ja ach mein nö ich hätte von Anfang an die Holste nehmen sollen ich bin Achtung klebt nein bitte keine Spinnenweben bitte tun es das nicht an oh nein nein oh nein 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 das Papier quand ist kein Layan weil sie das so alt er war es jetzt so an der EO da ach leck mich bitte mal am Arsch ach hoi ich hab aber Glück manchmal boah bin ich gut okay läuft hier vielleicht Tatsache nein falsch ach leck mich doch ja genau ja na hey mach doch hin das war mies ich hab ich hab erst ein bisschen nicht gecheckt dass man oben die Melonen abbauen muss noch über der Kiste oh mies war das oh ja richtig mies ey oh aber ob du dich darüber aufregen wenn du gehst ey ich hab mich nicht mal aufgeregt Junge Nummer 17 Löschschräger Boden du hast allen bewiesen dass du lesen kannst Gratulation komm Junge halt mal deine Schnauze oh nein leck mich doch diese verfickte Drecksscheiße oh jetzt super dass du das vorgeschlagen hast ganz toll jetzt ich sauer ganz toll hast du Glück gehabt ich falle ich falle aber auch grad dauernd durch mhm also hier ne durch die fetten oh nein NEIN AHHHH okay okay jetzt nicht rushen einfach einfach langsam das ist nicht gesagt unbedingt komm ey nein falsche seite ja sag ich ja hä wo wo ah da finde den richtigen Code so drauf stellen okay finde den richtigen Code drauf stellen n n n n n n n n n da braucht man ein Gedächtnis für das finde ich gar nicht schön n n ich kenne da gedrückt oder man ist nur schnell ich bin ich schnell ich hab auch gerade mal den richtigen in den ersten Lied verfuckt der du n behave weißt du wenn ich nicht so abkommen die schreie wäre dann wäre das ja alles kein problem alle drei knöpfe funktioniert klar ich habe den auch glaube ich sogar schon mal gedrückt um nur schneller jetzt es ist nicht verarschen dazu zum glück gar nicht an meine nerven überhaupt nicht und bitte 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 david bist du doch da? hallo hallo junge oh ne ja dieses dreck dauer zum hochfahren dieses verfickte scheißdreck wer hat dieses scheiß eigentlich programmiert wird da ist aber besser programmieren alter ja jetzt mach hin da ok also nach dem kleinen cut sind wir auch schon wieder da und nicht wirklich besser gelaunt okay los weiter vorletztes ab nach oben ja ich liebe ja wenn das wasser so langsam ist was denn regst du dich grad auf dass ich vor dir bin ich bin halt gesprungen ja gesprungen hier ja 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 hat gewonnen doch kein mitglad okay jetzt hast du noch mal die chance aufzuholen suche die 35 diamanten boah bin ich da lahmarschig ey okay wie viel hast du haben wir 35 das waren die duelle 1 bis 20 hier gab es 130 diamanten wie viel hast du gehen wir davon aus weniger als du okay zurück zur lobby auswahl wir können ja okay sag du mal deine ja 49 okay 4 1 deck und 17 ja ich bin besser ja gut das war die erste folge ich danke fürs zuschauen ich werde jetzt versuchen mich zu beruhigen obwohl ich ja auch nicht gibt es weiter mit dem Spacken hier spielen muss ja hoffentlich gibt es irgendwann auch noch ja hoffentlich wird ja wir bedanken zuschauen ich komme noch zum letzten Video vorletzten rechts zum letzten August und könnt ihr abonnieren und auf eine Szene beendet und wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss 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 tschüss